Hier zum gocrypt.de Kompakt Folge 22 über der Bitcoin Standard. Wir sind heute ganz frisch im Kapitel 5 über Geld und Zeitpräferenz. Da habe ich ein paar Sachen zusammengefasst, da lassen wir uns direkt starten. Denn zum einen ist der freie Markt entscheidend für ein solides Geld, aufgrund seiner Verkäuflichkeit und dessen Eigenschaften seinen Wert langfristig zu behalten, sowie seiner Übertragbarkeit und Teilbarkeit über Skalen hinweg. Da hatten wir ja bereits in den vergangenen Videos immer wieder mal drüber gesprochen, was ist der Unterschied zwischen soliden und unsolidem Geld. Dabei handelt es sich um eine Art von Geld, bei dem die Geldmenge nicht von einer autoritären Institution manipuliert und dessen Nutzung niemandem vorgeschrieben werden kann. Ganz wichtiger Punkt, denn hier ist die Bedeutung von solidem Geld, die lässt sich anhand von drei wesentlichen Faktoren definieren. Das erste wäre, solides Geld hält langfristig seinen Wert, was einen größeren Anreiz schafft, für die Zukunft zu planen und zugleich die Zeitpräferenz senkt. Die Senkung dieser Zeitpräferenz ist es, die den Prozess der menschlichen Zivilisation einleitet und es uns ermöglicht, zusammenzuarbeiten, zu gedeihen und in Frieden miteinander zu leben. Ganz wichtiger Punkt. Auch der nächste ist, solides Geld ermöglicht, dass der Handel auf einer stabilen Maßeinheit basiert, wodurch immer größere Märkte möglich sind, die frei von staatlichen Kontrollen und Zwängen sind. Auch hier ist es ganz wichtig, denn mit diesem freien Handel stellt sich Frieden und Wohlstand ein. Darüber hinaus ist eine Abrechnungseinheit für alle Formen der wirtschaftlichen Kalkulationen und Planungen unerlässlich. Denn unsolides Geld führt dazu, dass wirtschaftliche Kalkulationen unzuverlässig werden, was die Hauptursache für wirtschaftliche Rezessionen und Krisen ist. Demzufolge haben wir hier noch den dritten Punkt, und zwar solides Geld ist eine wesentliche Voraussetzung für den Schutz der individuellen Freiheit vor Despotie und Unterdrückung. Denn ein unterdrückender Staat hat die Möglichkeit, Geld zu drucken ohne Begrenzung, was ihm eine unangemessene Macht über seine Bürger verleiht. Und jeder kann das irgendwo nachvollziehen, denn ich nehme da immer ganz gerne diesen Vergleich mit Geld, ist eine Art Kette der Sklaverei. Hört sich natürlich jetzt ziemlich krass an, aber wenn man sich das Ganze mal wirklich philosophisch betrachtet und darauf hinaus bricht, dann ist es nämlich genau so. Und wie gesagt, diese unangemessene Macht über seine Bürger wäre dann eine Macht, die von Natur aus verabscheuungswürdige und hochgradig unmoralische Subjekte anzieht. Das kennen wir auch, wenn wir uns in der Welt umschauen. Leider Gottes gibt es das. Und Bitcoin kann hier eine Lösung sein. Und ich bin wirklich gespannt auf die nächsten Seiten. Auch dieses Buch ist hier der Bitcoin-Standard von CyberDNAMO. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, tut das doch mal gerne. Ansonsten vielleicht noch die Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein weiteres Video. Und ein Daumen hoch würde mich auch freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns am kommenden Sonntag. Bis dann. Ciao.